In diesem Video möchte ich dir die Mystica Frequenz vorstellen. Der Untertitel sagt schon sehr viel, ein Sound hinter der wahren Realität. Was bedeutet das genau? Und zwar habe ich versucht mit meinem neuen Tonstudio eine neue Art von Musik zu produzieren. Und zwar eine Musik, die du so nicht hörst. Die wirst du auf Spotify nicht hören oder sonstigen. Wo ich habe versucht, Elemente des Lebens, Elemente des Universums, man könnte auch sagen, Musik aus der Zukunft in die Gegenwart zu bringen. Zum Beispiel habe ich versucht, das Ticken einer Uhr in eine Musik einzubauen und diese mit einer Dissoziation einzubauen in eine Melodie und das Ganze als Musikstück einzubauen. Und wenn du das Cover gesehen hast gerade, dann wirst du wissen, es geht um Musik, es geht um Gesang. Eine Frau ist auf dem Titelbild, das bedeutet, dieses Stück dauert eine halbe Stunde und der erste Part, die erste Minute singt nur eine Frau ganz alleine. Und dann schalten sich andere in 3D, wenn du das mit Kopfhörern hörst, andere Gesänge von überall ein. Dann singt hier eine Stimme und da und das ist alles harmonisch. Und das Ganze baut sich auf. Im Hintergrund läuft 432 Hertz und andere Frequenzen, die dich in einen erweiterten Bewusstseinszustand führen. In jedem Fall baut sich das dann immer weiter auf bis zum Höhepunkt und dann flacht das Ganze ab. Dann kommt die zweite Phase, wo du in die Entspannung kommst, wo du in die Trance hineinfällst. Und dann baut sich sozusagen dieses Ticken ein, diese Uhr, eine eigene Musik dazu, die du nie irgendwo gehört hast. Das ist eine ganz eigene Form von Musik. Lass dich also überraschen, was dann kommt. Und dann in der dritten Phase kommt dann nochmal aber anders andere Gesänge, die anders zusammenspielen. Und dann am Schluss dann die Abschlussphase. Und das Ziel dieser Frequenz ist es, dass du in einen erweiterten Bewusstseinszustand kommst. Dass du in einen Zustand kommst und auch gleichzeitig, wo du einfach denkst, so boah, das Lied war so geil, das höre ich mir einfach gleich nochmal an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der selber sehr selten dieselbe Frequenz hört. Vor allem, wenn sie produziert wurde. Aber diese habe ich mir unmittelbar, nachdem sie vorbei war, gleich nochmal angehört, weil sie mir so gefallen hat. Also, lass dich überraschen, was dich erwartet, was für eine Art von Musik dahinter steckt und was du dabei erlebst. Ich kann es kaum erwarten auf dein Feedback, schreib es mir unten in den Kommentaren hinein oder im Shop. Und wenn du die Frequenz testen willst, kannst du es einfach in der Brainwave 3D App einfach machen. Kannst sie 7 Tage lang kostenlos runterladen und testen. Ich wünsche dir viel, viel Freude damit und kann es kaum erwarten, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Ciao. Ciao.